So, Leute. Zurück bei Super Mario 2. Das ist wieder der 16. Part. Weil ich den gelöscht habe, muss ich die Sterne, die wir im 16. Part gemacht haben, nochmal neu machen. Ja, so sieht's aus. Ja, das hier war ja der 71. Das ist der 16. Ja, das ist der 16. Ja, das ist der 16. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, man! Oh, man! Der erste Stern von den Fünfen. Natürlich ist das Part 16 die Dunkel. Der erste Stern von den Fünfen. 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 Oh I like it, I like it. Wee! I like it. I like it, I like it. I like it. Nein! Mano! Oh Gott! Oh Gott! Wie sagt ihr, das ist nicht am Anfang direkt umgedreht? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Du musst einfachó! Oh Gott! Das war einfach so decrypt! hallo doch noch mal warum hängst du da fest mann jetzt hängen die hirn dir so scheiß stillfest Nein! Zwei Küsten! Die hättest du auch noch umschmeißen können! Hey! Erzähl doch keinen Quatsch, du Fäustteile! Oh, komm! Nein, nein! Hey, du feines Roboter, Alter! Ey, ich schmeiß dich doch um! Hm! Hm, danke! Hatta mal lang da, warte, wuh! Oh Gott, Leute! Oh Gott! Das wird ein langer Part. Vor allem, weil das Part 16 ist, dann... Sieht schon, ich hab 105 Sterne, aber das liegt auch darin, dass ich Part 17, 18, 19 und 20 schon habe, aber Part 16 noch nicht. Das heißt also, dass ich die Sterne 71 bis 75 nicht drin habe. Und die zeige ich euch jetzt, die ich, die 71 bis 75 Sterne, also die 5 Sterne. Und... Und... Natürlich im Tempo-Modus. Ach, komm! Hm! ... ... Www 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 Das ist ein kleines Schrein, das ist ein kleines Schrein. ich habe die Kometen uns auch gesehen, die habe ich nämlich auch, das sind jetzt alles unsichtbare Sterne, weil ich sie schon gemacht habe, aber gelucht hatte, und dann hatten wir noch den Kometen von einer Galaxie gemacht, ich habe jetzt extra mitgedrückt, als sonst so lange dauern wurde, ich darf jetzt nur nicht failen, das war richtig knapp, ja, machen wir die Weltmusik, wer sie kennt, ich hätte das vielleicht in der ersten Galaxie ansprechen sollen, und, ja, ähm, ja, was, muss ich sagen, ähm, nächstes Projekt ist die 1, ist klar, danach kommt die Weltmusik zu 100% lösen. Okay, der Stern ging auch relativ schnell, das heißt, 1 Stern packen wir noch, und wir Und zwar den, den ich auch noch in dem Park gepackt hatte, aber trotzdem gelöscht hatte. Ja, und ihr seht, wir verbessern unsere Zeit. Also, so ziemlich ist das kein Problem. So, dann hatten wir den Kometen hier drin. Ja, der schnelle Wechselmodus. So, dann hatten wir irgendwo ja. Dann hatten wir hier ein Checkpoint. Und da ist der Fail passiert. Das ist der Hammer-Mün-K Dowd. Und da ist der Hammer-Mün-Kreis. Dr. Korte ist der Hammer-Mün-Kreis-Kreis. auch es sagt okay leute okay das kann was und 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 Nein, mein Letzten. 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 Endlich, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ciao. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.